Es ist schon wieder passiert! Ich will was von euch und nicht ihr von mir, sonst geht hier ein ganz anderer Weg. Ehrlich? Finn! Jubelmann! Ja, dann zeig ich dir mal, wie ernst ich werden kann. Im weißen Reißel am Wolfgangssee, da steht das Glück vor der Tür. Alter. Oh Gott ey, ersparen wir die Details. Also mich interessiert das schon. Oh Gott, da! Ich gebe zwar mein Bestes, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Genau, die wollten zu tun, tun! Faaaaa! Weißt du, wo mein Anruf ist? Hallo! Bis zum nächsten Mal.